Wir sind heute hier in der Innenstadt unterwegs, um klar zu machen, dass es für uns sehr wichtig ist, dass wir jetzt wirklich echten Klimaschutz brauchen. Das liegt an uns allen, wie wir das Klima schützen können, das liegt daran, wie wir Strom verbrauchen, wie wir Autos fahren, darum, dass die Kohle im Boden bleiben muss. Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel schon etwas erlebt. Wir sind die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann.